Ja, hallo und herzlich willkommen hier auf Messe Jagen und Fischen in Augsburg. Es ist die erste Jagdmesse im neuen Jahr 2020. Wir befinden uns hier am Blaserstand der Firma Blaser. Jagdwaffen, jagdliches Zubehör aus dem Hause Isni im schönen Allgäu. Wir stellen Ihnen heuer hier auf der Messe Augsburg zum allerersten Mal unsere neue Waffe, die Air 8 Ultimate, mit dem neuen Schaftkonzept und Schaftdesign für verschiedene weitere Anbaumöglichkeiten, die optional zu bestellen sind, wie einmal ein höhenverstellbarer Schaftrücken und eine längen- als auch höhenverstellbare Schaftkappe. Hierdurch hat der Jäger die Möglichkeit, sich die Waffe noch besser individuell auf seine eigenen Wünsche und Bedürfnisse anpassen zu können. Es freut uns sehr, hier in Augsburg mittlerweile das achte Mal auf der Messe vertreten zu sein. Kommen Sie vorbei, besuchen Sie uns und wir können gerne über die einzelnen Möglichkeiten mit Ihnen sprechen und beratschlagen.